Heim in der Reviere und hat mit diesen Bildern großen Erfolg. Untertitelung des ZDF, 2020 Moniz letzte Reise führt ihn nach Venedig. Wie schon früher mit seinem Atelierboot auf der Senn, begibt er sich auch hier mitten in seinem Tiefenheim und mag den Markus Brecken knapp über der Wasseroberfläche von Anagonalien aus. Die Bilder sind mehr Visionen als visuelle Erfahrungen. Aus dem Impressionisten... Alle tun so, als würden sie nur den Kunst verstehen. Dabei muss man sie nicht verstehen. Nur sie. Ab 1883 mietet Moniz das Haus Aginami. 1890 kauft er es. Das zweigeschlossene Haus bietet Platz für seine große Familie. Die Schule wird in eine Atelierung gewandelt. Ich glaube, mein Karten ist mein schönstes Meisterwerk. 1889 lösst er ein zweites Atelier bauen und beginnt mit dem Mahlen der Seelosenmöde. Er will ein momentales Weg schaffen. Es ist ein Windlauf in die Zeit. Moni leidet auf beiden Augen am grauen Stern. Mehr und mehr verliert er sein Augenlicht. Monsieur Moni? Monsieur Moni? Und mit Ihrer neuen Brille können Sie wieder sehen Sie? Ja. Ich habe gesehen, was ich halt blind gemacht habe. Werden Sie Ihre große Seelosen-Dekorationen verletzen? Und Sie wieder sehen, werden Sie noch da arbeiten. Monsieur Moni? Noch vor seinem Tod schafft es Claude Moni, seine Seelosen-Dekoration zu vollenden. Das 91 Meter lange und zwei Meter hohe Gemälde ist der Höhepunkt seines Werks, für das er erst viele Jahre später weltberuhigt wird. Wir schritten groß romantige Seelosenbilder als eine Exerzentscheidung vor. Ohne Horizont. Die Illusion eines endlosen Geistes. So in einem Raum präsentiert, dass die Betrachter vom Wasser umgeben sind, in den Teich und die Seelosen eintauchen. Und dann habe ich alles, was ich habe, vergesst. Amen. 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 Amen.